in der Meimer, Pasches, Beresches und der Rebbe-Stadt gesorgt. Wir wissen doch, Nasser, oder? Und es ist aber nur eine interessante Sache, was der Rebbe fragt. Also der Weg, wie der Rebbe-Stadt Barschaffen und der Marischin ist im Ganzen anders als der ganze Brieh. Alle Barschaffenischen, was der Rebbe-Stadt Barschaffen hat er Barschaffen, den Gif in der Neschume, den Nefesh, zusammen. Wo muss er? Also es hat gedacht sein, Chayis oder Behemis, ich steig mich früher, weil der Gif der Behemis nicht immer der Rebbe-Stadt reingelegt, der Nefesh. Nein, der Nefesh von der Ochs mit dem Gif in dem Ochs sind die Barschaffen geworden, zusammen. Also die ganze Brieh ist der Nefesh und der Gif sind die Barschaffen geworden, zusammen. Mit einem Ausnahm, und sie gekümmelt sie Barschaffen Udom, ist früher, hat der Rebbe-Stadt genieh mir ein Ofer meiner Adama und das ist die Wende Gif. Und nachdem, weil die Nefesh von der Abba, und nicht was Chaim, hat der Rebbe-Stadt reingeblüßt, eine Schöme in dem Gif. Und nachher Gehreise schaile, favusat er nicht gemacht, hat der Nefesh von der Fennodem so kibelt zusammen mit dem Gif. Also die Rebbe-Stadt reingeblüßt, mit alle Barschaffen Udom. Und das ist der Schaile, jetzt was mir gehnelt. und das ist das Wort. Wie der Gif und der Gif der Gif hat der Rebbe-Stadt gebührt der Gif und der Gif Und wir haben uns auch mit der Rebeer gelegt, dass die Rebeer die Geist, die sich mit der Rebeer auf dem Weg verletzt, und die Rebeer die Gäste, die die Geist, und die Geist, die Geist, wie wir in der Gimel sind. Die Rebeer haben uns gesagt, dass die Rebeer der Rebeer der Rebeer auf der Rebeer der Rebeer und die Rebeer der Rebeer Er wusste gewahren, von dem Ebeschen zu reden, von dem Ebeschen zu sagen, ist gewahren. Aber hier ist gewahren, nicht nur die Gruß, nur die Lebedigkeit für die Gruß. Die Lebedigkeit ist groß. Oder die Lebedigkeit ist schei. Und dann, bei Yom Hamishi, der Ebesch hat gesagt, Jesus zu ha-Mai, Jesus zu ha-Mai im Sherat Nefesh-Chaya. Und dann, bei Yom Hamish, der Ebesch und der Gif. Und dann, bei Yom Hamish, der Ebesch und der Gif, der Ebesch hat gesagt, den Ebesch und der Gif zusammen. Denn das ist von den Bessuchen, dass der Eberge er erzählt, als er er macht, und als er er nicht kennt, ist, dass jeder und jeder, wie er er ist. Wie ist es jetzt? Wenn der Geist, der Geist ist, ist in den Schafen von Oren Tzazam. Und auch in der Habelechayim, der Geist, der Lebedeck ist, wie er ist, Wenn wir über mir sehen, dass wir die Nachfolge fern, das Licht gibt. Das ist der Weg, das die Hose. Und dann auch die Frau, die Erste zu sprechen. Auch die Hoffnung mit dem Anzeigen, der Heiliger Geist ist, die Menschen, die Menschen zu erklären. Das ist ein Geist. Die Viger Form ist ein Geist. Aber der Meinung nach ist, dass er der Vater in der Kirche oder der Jeschuh zu haben ist. Und er hat sich in der Kirche, in der Kirche zu verletzten, und er hat sich in der Kirche und in der Kirche zu verletzten. Was meint das? Als sie sind in der Beschaffung gewonnen, größere Sachen, nicht so viele und kleine, noch größere. Die Sekunde, als sie sind in der Beschaffung gewonnen, sind sie in der Beschaffung gewonnen, mit allen Sachen, den Nefesh zusammen mit dem Gift. Die Menschheit und der Schuss, der ist der Mensch, die die Gelfe in die Zeit begonnen. Das ist eine Dichung, die Dichung, die Dichung dieser Dichung, der sie in der Beschaffung von der Beine, die Dichung, die Dichung des Dichungs nicht mehr. Das ist ein Geilem. 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 Das ist ein Geilem, das ist ein Geilem. Das ist ein Geilem. Das ist ein Geilem. Das ist ein Geilem, das ist ein Geilem, das ist ein Geilem, das ist ein Geilem. Das ist ein Geilem, das ist ein Geilem. Das ist ein Geilem, das ist ein Geilem, das verstehe, das ist ein Geilem, das ist ein Geilem. das ist ein Geilem, das ist ein Geilem, und das ist ein Geilem, das ist ein Geilem, das ist ein Geilem, und das ist ein Geilem, das ist ein Geilem. Was fragt ihr? Was fragt ihr? Was fragt ihr? Ich fragt ihr, ich fragt ihr, dass es ein Geilem ist, und das ist ein Geilem, es steht das Geilem, das ist ein Geilem, das ist ein Geilem, das ist ein Geilem. der Gif ist der Wof und weiter der Hey das ist der Finger von der Füße A kolponim, wenn es steht, Nase Adem mit Zalmenu, Kit Musseinu meint es euchit der Guf von Ait ist ausgestellt wie Shemavai Trägt sich dort daselbe Scheile aber so steht das Geval der Gesach bei Emes wird ein Gäuge gehen auf alle vier weil sein Kopp in seinem Hinten ist auf dem selben der Dreh sein Kopp nicht auf so viel aber wie bald hat der Ebesch dort gemacht das soll sein wenn man wird gesehen also ein Gäuge geht auf alle vier in der Kopp in der Hinten ist auf einem der Dreh und ein Noray geht auf zwei Füße in der Kopp ist hoch was doch alle gewann in der und alle in der Team mits ist weil man seht doch ein klore Achille was der Ebesch du gemacht das bei Emes ist nicht so beruch ist ist tak sein Kopp in dein Hinten das eins sagt aber das kann verstehen wie man macht die vor dalle wie man kann passion sein nefisch das ist das ist nicht der Emes seichel ist die Zeit seichel repushet Weil er ist separat. Er ist nicht in der selben Maträge wie sein Gift. Aber wenn sein Neffisch ist nicht so viel Hecher wie sein Gift, dann fährt seine Beschaffung zusammen. Aber der Scheil ist an anderen geblieben. Wie kann er sein, als er heuchen und schumme, wie kann er beklall sein in der Gift? Er ist doch erwartet der Scheil. Was sagt er? Ihr kennt jetzt Fragen Hecher. Was sagt er? Nein. So, ich glaube, es geht nicht in der Tatage. Amnum. Hat er Platz, Rabbi Ratzken, was weiß in dem Eid wie mehaut. Amnum. 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 Maa. Shik gufoi hoia doymim dafke. Freik sich tushala fakett. Pahvus hat der Reibishtu gedafht machen. Adegifz alzayna zoi nitereg. Adelzayna doymim. Adel nischafu lozay kachai. Adelzayna doymim. Das heißt, 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 Also, das heißt, Das heißt, Jede Dovat Gashmi hat in sich Nitzuzim vom Allem Atojo, wo Sajid darf das bringen noch höher wie der Scheurer, der wann er kommt und auf dem hat der Reibisch der Barschaf in der Welt und das wird bringen, Mashiach. Wenn alle Nitzuzim bemehlen, dass sie sehen und gehen, dass sie nicht am Asaf in Kabule in Form von Hamase Eulem Atojo, ich kenne Barschdei soll nicht sein Tojo. Das fragt mich nicht bei uns kann die Jeschwa das. Der Reibisch der Zählte in der Teure Hezekhan, und dort in den Sarab gefallenen Zuzim du auf der Welt und jeder Jede Dovat schon ausgestellte Reibisch der Wecher Nitzuzim, weil die Nitzuzim sind zerspulten geworden auf Billionen, Billionen kleineren Nitzuzim in den Stuh kann Dordwat Gashmi was hat nicht ein Nitzuzim Eulem Atojo und das ist bei Schafen geworden also Jede nur Jede kein Meile sein die Nitzuzim. Jetzt hat er Meise am Möire Dike Meise. Die Jede sind die Gewähne mit Zrayim wie viel Jahr? Hallo. Mein Möncheng. Verwus haben Sie gedacht gehen in Mitzrayim Bechlau? Was hat Sie ausgefüllt zu sein in Mitzrayim? Verwus hat eben schon ausgestellt als Paroi gewähne so nicht gelassen in Mitzrayim. Ihr meint etwas Paroi hat etwas zu sagen? Das hat doch alles ausgestellt mit Meile. Sogte Arisa von der ganze Reich Peiches Nitzuzim Reich Beis zwei Händen zwei von der ganze Reich Peiches gewähne in Mitzrayim. der Mäste starkste Zizim sind hereingefahrene Mitzrayim und die ganze Tafel die Jeden gewähne Mitzrayim. Versehen darf Meile sein die alle nicht sitzen. Sogte Arisa als steitende teure vegan Ere wraf Olu Itam Sogte Arisa All Rav Wie viel ist Ere Brav Was ist Rav Rech Beis Wenn Jeden seinen Aros für Mitzrayim seinen alle Rech Beis Nitzuzim Nitzal gewöhren Die De Fah Zugte Arizal Favuz Er Lav A Yiden Ton Voi Nitzrayim Zedua Aganza Machloik Es Funt Dos Meit Aber De Pasht Es gibt verschiedene Orte, es meint nicht gehen jenem Weg, aber wenn du gehst durcheinander, es ist da ein ganzes Schmiss. Aber der Riesel sagt das so. Ein Mensch hat nicht wusste sein in der Platz, nur weil er daft auch etwas aufzunehmen. Ein Mensch hat nicht wusste, es ist nicht da. Du darfst gehen, wie du darfst. Es ist alles ausgearbeitet, es ist alles erledigt. Und was hast du da zu sein? Richtig. Das ist ein Detail, sehr interessant. Aber wusstest du nicht gehen? Der letzte Peiches, Peisei nicht zu sein. Sie sind toll nicht zu sein. Wir sind schon in Golis bald 2000 Jahre. Und es handelt sich aus, zu allein die Kinder zu sein. Und das ist sehr eine Idee, die ganze Masse von der Welt. Und man versteht nicht, warum sie in Golis so liegen. Das ist meistens schon von 60 Jahren in der Hebräische. Und wenn sie ruhig kommen, auf das war ein Mensch. Das ist immer noch nicht zu sein. Das ist ein Mensch. Das ist ein Mensch. Das ist eine Frage. Das ist ein Mensch. Die Oberlaufe von Golis to haveloh. Das war nicht so. Das ist ein Mensch. Das war nicht so. Du hast gedacht, dass du da gehst. Du hast gedacht, dass du da gehst. Der Reib ist dort, die hast du nicht sitzen, in jene Gasoline Station, was nur die darfst du zum Meilen sein. Das machen die Brüche dort, die sogenannte Pulsik-Tillen, bis die Meilen sind, die nicht sitzen. Der Fahrer hast du nicht kein Gas, und der Fahrer bist du dort umgekommen. Jede Platz, wo er hier geht, jeder Haus, wo ihr wohnt, jeder Kleid, wo ihr trug, das hat ein Schaches mit euch. Und das ist eine von den Begehörungen, von Pachentanen, was ihr eigentlich von Wiener... Was sagt der? Das ist nur ein Kleid, ganz unter Martich, nehmt du deine Tische, wer macht denn das? Aber du machst einen Bruch oder so, wer steigt mit keinem Lob, wer macht denn das? Als es helft, zu sein warm, bedient Ayit. Also ihr soll sein warm, soll keinem dienen im Ebel stehen, wer seine gesinnt, mit dem ist mein Meilen, der nützt. Der Tisch ist ein, der nützt der Tisch. Der Tisch ist alles, nicht du kannst Sachen in der Welt, was hat nicht der nützt. Ich sage noch besser, jede Gräsele, jede Blätterle, hat er nützt. Ich kann es nicht wissen, warum wüsst du die Blätterle? Ob es ist da, in der Baal Shemtav sagt, als ein Blätterle, als kommt der Wind, und bloß da weg, ein Blätterle, ist es euch das Schrocher Brotius, welcher Blätterle, wie soll es fallen, wenn soll es fallen, jede Sache ist bei Schrocher Brotius. Wenn wir uns auch noch mit der Leute zu erwähnen, es liegt auch in der Baal Shemtav, in der Baal Shemtav. Keine Geidnisch, der Baal Shemtav. Keine... Auf dem sucht man in Nihile, in der Gedeit Nihile, sucht man Ahto, Yoidea, Roze, Yoelam. Nur die weiß, das sei das, welcher Blätterlech darf sein tun, welcher Blätterlech dort, jede Flie, und jetzt nicht du kannst immer die Sache in der Welt. Ahtozuz Pinklach. Lamegein zirig zetoyu, Lamegein zirig zivimahalt. Evi altamir. Ach. V'omno. V'hime... V'hu? V'omno. Ja, in demaile zuptatoyin. Da-doimim zimei achai medaber, o-do-se deshem Avayin. Is. 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 V'himein nishwa sa adom dafke. V'os eredoch di yud. Ya'an vi balt. Hiyo isoi prinis midaber. Eredoch amedaber. Hagavo yashe b'kulam. V'os is hecha f'en aller, hecha b'yadoi, a-tsameiach an amedab. Eredoch amedaber. Is. 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 I. 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 Aber wenn es die Erhöhung in der Kopf ist, wo es der Niedigste ist, oder in der Kettatur, wo es der Mokker beginnt, ist, dass er immer mit Schlabisch in den Däumen ist. Aber wenn es die Erhöhung ist, dann geht es um den Rebbe, dass er noch nicht in die Erhöhung ist. Wenn es die Erhöhung ist, wenn es die Erhöhung ist, Das ist bei mir, Avraham, wie wir die Sefer ha-Yetzire, die gehört von dem Sefer, ja? Dort steht das Asad. No hat Tchilosan bis Seifern bis Seifern bis Tchilosan. In der same Herste steckt Davke in der Niedigste. Und der Davke, der Niedigste, hat Aschachas der Hechtste. Die Hedde, die Tchitsach. Nechabalt, Maschbezein, das Seichur, sie mit Dava. Aber Friert, darfst du wissen, dass wenn Asch ist Niederik, hat er Hecher ist Schäuerisch. A Däumim ist der Niedigste. Aber der Schäuerisch von der Däumim ist noch Hecher wie der Schäuerisch für den Menschen. No hat Tchilosan ist bis Seifern und Seifern wird gelassen. Hallo? Wo ist die Seichel? Havos soll er so sein? Hat der Hechtste soll sein Davke in der Niedigste? Das Eine von Es Beher ist Bekdei zikenen basha von Aza nieder kezach Davnum goa hoiche koich. Lammusho. Avdich will wafn ashteyn wait wait Davnich nits noch me koich. Vos od a lichtikheit az ich will es lo me zain go wait avnuch ashtar kere licht. Zidaw sach du gmois az grude hoiche sach dus abba weiss asht du se nieder gesa simen ad kimpfen se hoiche. Schleu me me lech i gewinn hoche me kolo de marshal ple adama un er hat gesa schleu schis alof moschum steit ach si dis z nis no hat gesung dre toizit me scholem er hat se segel gewinn dre toizit me he wie der allgemeine mensch und die gruiz keit von schleu me mel as hoche gewinn dre toizit mad reg he vien wie alle menschen hat er gekent a roplas in se chach me das sind die gruiz keit von schleu me as kek kek da roplas in se se chel zu am mensch versus drai toizit madrigis nidik fek jah hat zvei melam dem des sprach me de chais ve oif es od och ik kem chais ve oif es ot toizit ja aber ich red anna dvort ich red as dafke de go hoiche kez ha ruplas in se nid rek jah zvei melam dem jah zik hat der experience in laim fah nam alamat de kin versteinlicht dvort was red trachte mit seiner aktiven kopp der mensch hat versteinlicht was red aber me ken zugenahndisch nicht dvort de prabel er versteinlicht dvort se ge zvore se gefühne in dem zvore wie er rup sol se nid ad rabe die grös keit ist eine was er kenne an arroblasen sich geben dass sie verstehen zu gode nid get haben zu bezahlen steigen beteure zahler kent machen wenn eid und hat viele menschen katt kopp ja holz steigen troch kent an leigen per me le wuss will sugen is in de sam nid ke steckt goe größe gar les machen nid nid ke sach darf n hum goe kreuz kreuz be mele wild alte rebe sagen ad an ad am mit zah sein guf is goe nid rick aber zu kennen beherrschen a sa guf darf n hum goe heuch n shame you versteht am malach der rebe steht am ur up geschickt mal lochem im himmlisch pasches bereich is han ne fiel im hoju bohret steht im zwo rem do se geween mal lochem was der rebe ist reingesteckt in agif in a mensch en se ham sich nisch gekenn tan nisch gede sachen wal we ken se in agif dav ge no was hot an nisch man man sh a yid he ken sich a e c game mit a kif ob a ma hat nisch goe a hoich nisch me a mal lich nisch krivi an nisch me de me le keme z nisch an nisch game mit nisch be me le vild al te rebe so de rebe stot in mist in gemacht as zoll nisch pas schafen varen zsamen vare be mad rege se nisch be e com de shom is goe hoich in de gif is goe nidrik nisch as a hoich nisch ame ken zich ane zige mit goe as ane drik gif in englisch heist it's a perfect balance abe face you do the vore face you the balance the vore is me daph zich ane zige mit gif me daph him i be machen ve ken him i machen af non groi se koich is a malach ken zich ane zige metagruf doktir 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 vore a nyan vijst halte rebe doktir zima rumiz in de psukum Das heißt, Oretz hat noch ein höcheres Scheueres von allen Sachen, die Frage finden mir, ich weiß nicht, wer sagt das, aber die Frage finden mir, als der Oretz geht da raus, das was wachsen Sachen, hat viele nicht eingesehen. Oretz ist ein moierer Dicker Keuch. Doch ihr, als Oretz, ist der Niedigste. Alle größten, alle Städte, diamanten, alle Gold, alle Metals, alles ist da in Oretz. Wo du sagst, als Oretz ist der Niedigste Sache, da im Moment, wo soll dort sein, die alle Sachen, die Terras ist, das ist was wir lernen. Als gar in der Niedigste Sache gefällt sich der Gretz der Keuches. Also steht, Das heißt, Und das ist der Grund, der Miedis, der Joines und der Melchus, der Miedis nennt sich, dass es in ihm ein Kattnitz und Gattels gibt. Aber wir sehen uns, dass die Miedis, die kleine Kind, die Miedis in Naraschen, die Mäseichel, die Miedis in Gittelsachen, ist da der Ingen von Kattnitz-Gattels. Aber wo ist die Däumen? Aber da ist das, was ein Mensch kann sagen, ist das. Ist das Däumen? So wächst nicht. Man kann nicht machen andere Däumen. Ein älterer Mensch darf nicht in der selben Däumen. Das Däumen ist das Däumen. Däumen! Däumen! Oretz, nehmtzig von Chochme. Maschenken zimech nehmtzig von Bino. Aber Chochme, yosset Oretz, shalomata be-madrege me-shomein. Ibech lechioi ranapechus, und chidav zain fakert. As was, as Bino, hat meh schachetze Oretz, was in nidik avi Chochme, ha was ist dafke Chochme, hat a schachetze de nidikste. Aber lo inyein mitaam ha-nichthev liyeo, ki hiya noisenas, sheprenes hamidiz, iz mekabla me-habine. Vumazen ba-menchen afatach zecharein, kenel ha-maspahilis hamidiz. Vodos, they are compatible, vuhu prrenes chai vetsameach. Maa shenken achochme, ilamailo me-arech ze, azegur hecha. Abur, aber hoopchimis yosu deretz, aber erde de foundation, erde yasoi dafke za oretz. Vuhu, wuhu, dafke da hoiche, kenzach ha-roplazin gornidere. Maschum, de noot, zechilasan, iz shtektos besoifan. Loha chain hoya gufa, adam itchilet doymen dafke. Dereibu shtortoch, iked homabreire, azal machin dem, de, 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 de gif. Zal zain azabiyat zumeach. Achaias, inis. No. Et azim gemmacht ofer. Zal zain azabiyat zumeach, metchilasan. Oba de gufu na menšin nein, velo yohu doymen. Maschain kin, ada berishin, shtetoch klod achzib, ki gaum uroi necha. Zizag, ageshafegewan, de gufu za goylem, vedoymen. Unoch tem vayipach. Ivozid a seichal. Vala neson mefuna adom, neem tsukfun chokme ilohe, desbein chokme da tzileis. Ube chokme, chokme zi yisoy dobar etz. Hatadach ha-sheiches, dafki tzide nidikste. De gor oiche, hata sheiches tzide gor nidut. Ubeze, yoran medemet, mpashtein no chazach. Maa shekosuf, veberies ha-adom, shtait mit amol, beid de neemim funa meibishten. Vajitza herhashem melikim, beid sheimis. Vosipis mit amol, daf zain zvei sheimis. Kili yoris, iz chabros nefshoi vigufoi. Das iz medaba, mit adoimim. Ha-rechoikim zem zee, zizem zee, yoran medemet, einef in deandere, be-aroch, yorisum merichok ha-guf ma-han-nepes, shabishakor balchai, vod shutsumeach vachai, lamuzung ba-baheime, smuchim yachad. Ken zain a-nepes, zizamen mit nguf. Maa sheinkin adoimim, ima medaba, sherechoikim zem 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 me, ha-kotser la-kotser. Nochen bachdai shi ischabro. Beid ha-fakete, wual yudai beid sheimis, zahem, shem avaya, un shem alakim. Vototan iz oichet, shem avaya, shem amafura, shem abligul, shem alakim iz din, cimtzum, iz davke, duch beid ha-shemis, zuzamen, ken vena chibur, vun det gov, vaj, hekste, mit det gov, nidikste. Vot kimta roi, sin avay, deshashem. I veis asedoha, ha-gemara. Koul, vishteit oloshin, vus meh, enez hecha, iz yitzrei godel. Vot kimta roi, shem? Vajra yitzrei godel amena. Mena. I vasa de pshat. Oy beriz godel, dafu valeza godel, kene zich amperen mit dem yitze. Das allein, das ide pshat. Vibalta hat a-gruizzi yitze, muzahom goa a-gruizzi gadlis. Val no de gov-gruizzi ken zich a-neizige mit de gov-nidik. Vem mehle, daf a-mensch wisen zain, az ha-hat, amul sachen, vusiz, kik temoizat, adav tien sachen, vusiz gov-nidik. dafu vissi, a-hat di koiches. Val me git himnish meh, vifela kent. A-hat di koiches, a-hat di grefz di koiches, a-file ibitzi kimin, a-sa, nidikesach, vusis kimt di minta. Anyway, daf a-hat di ne kidda, fin de amai, mert, daf a-hat di gesah, vat di gesah, vat di gansi levin, amit a-wisen zain, ad di ne gud, nidikesach, de ebisch dat gemah, de bes hamigdash, un de mischkan, hat di g'macht, zain, av ananla-eifen. De mischkan, g'men, zain mehach, un zi g'men, chai, abe nis, kan teumim, mit nis g'men, maffelsteine, mit des g'macht, vini riais, un von holz, de amudim. Abbe de bes hamigdash, e g'men, daf gafanem. Das is a-ra-ihe, a di kiddiche, vusis du, de bes hamigdash, e sa, es fah se meh, das is temidi, das is a, es heiss kwa, wala, daf gafan, es is nidikr, se bachafin, gafan, vina doimim. Hatte se hechere, schoiresh. Ibe mehle, is, de fah hat te epische tage, g'macht, abe hat te koiach, duch de bes hamigdash, ma vare seim, du, de sammen nidikst. Gebenchti, juh, alle, me hoffen mit des, sem nekste woch, ve me lernet noch ameimor, vina nekste pasche. Kortizan, gizinten, stak. odening, reich. Sch compliance, sch compliance, de edot, de lof. Vielen Dank.